also hero pack auf gehts wir können einiges ziehen meine erwartungen sind nicht hoch jaja torrey marquisio mit abstand die besten heroes momentan dann gibt es sydney gufue den ich sehr sehr gerne mein team spielen möchte gson park all over rhein wen gibt es da noch wenn gibt es da noch joe cole oder sowas auf jeden fall diese spieler wären sehr geil aber meine erwartungen sind nicht hoch saffland sports vielleicht kennt ihr mir auf geht's rein in das hero pack audi was ein prank ich dachte all over rhein ich dachte es wäre all over rhein ach man egal wir nehmen al jaba mit wir nehmen mit ist aber auch okay ne ist auch okay schade aber egal sieg sieg